Yo, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Yo, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Okay, ASMR, sein Vater ist zu Ende. Leute von heute, heute ist ein neues Format am Start und wir nennen das einfach mal Haarbeichten. Leute, ich habe auf Instagram eine Ansage gemacht, dass ich Haarbeichten von euch suche. Was in eurem Leben passiert mit euren Haaren, was richtig peinlich, schlimm oder irgendwie deprimierend war? Hat jemand eure Haare im Schlaf abgefackelt? Hat euer Friseur irgendwie eure Haare richtig abgefuckt? Oder habt ihr irgendwas Behindertes mit euren Haaren gemacht, was wirklich peinlich war? Und diese Story suche ich immer noch. Also Leute, wenn ihr Instagram habt, dann folgt mir auf atderbartmann. Ist hier unten verlinkt, unten in der Infobox. Und dann könnt ihr mir gerne eure Storys schicken. Ich erwähne euch mit Namen oder wenn ihr wollt, anonym. Ihr müsst mir das dazu schreiben. Also willkommen zur ersten Folge Haarbeichten. Ich bin gespannt, was ihr mir auf Instagram geschrieben habt. Und für alle Leute, die noch nicht abonniert haben, abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Kuss auf eure Nuss. Kutschtimz schreibt, früher ging ich immer zum Friseur, um mir Haare fresh zu machen und wollte halt nur die Seiten kurz haben. Hashtag Seiten auf Null. Und oben halt nur die Spitzen ein bisschen kürzen. Doch mein Friseur mit Spitzen kürzen, was anderes verstanden. Von 8 cm Länge hat er meine Haare auf 3 cm geschnitten. Wollte vorher aber leider nichts sagen. Dachte, er weiß schon, was er macht. Und am Ende sagte er zu seinem Chef, er musste so viel abschneiden. Doch der Chef war selbst an meiner Seite. Bezahlen musste ich natürlich nicht. Ehrenmann. Aber trotzdem wurde mir so ein bisschen die Ehre genommen. Und das Ganze hat danach was Positives an sich gehabt. Weil ich es mir seitdem geschworen habe, dass ich nie wieder zum Friseur gehen werde. Und seitdem mehr als 5 Jahre schneide ich mir die Haare selber. Am Anfang sah es natürlich nicht gut aus. Doch ich wollte nicht aufgeben und habe es geschafft, dass man heute das nicht denken würde. Dass meine Haare nicht von einem Friseur geschnitten wurden. Okay, hier haben wir Bilder, Bruder. Und das schneidst du selber? Digga, richtiger Ehren-Eigen-Friseur. Okay, hier, okay, Bruder. Hier hinten kann man schon was machen. Ja, auf jeden Fall. Hier hinten kann man schon den Übergang ein bisschen besser machen. Aber, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, mein Übergang ist manchmal auch ein bisschen kantig. Aber, Digga, seit 5 Jahren nicht beim Friseur. Der hat richtige Paranoia vom Friseur, muss man schon sagen. Kann ich verstehen. Wenn man 8 cm Haare hat und dann 5 cm runtergeschnitten wird, Digga. Diese Geschichten kennen wir bei Frauen sehr gut. Wenn die Frauen hingehen und sagen, können sie bitte meine Spitzen nur schneiden? Und dann werden auf einmal 10 cm abgeschnitten. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber, ja, ein Trauma kann ich nicht unbedingt verstehen. Aber, Digga, wenn du deine Haare selber sehr gut hinbekommst, wie man sehen kann, ist doch nice. So, dann haben wir von Berkay eine Geschichte hier. Das ist mir letztens in den Sommerferien passiert. Ich habe meinem Vater immer gesagt, ich färbe mir die Haare grau, silber oder so. Und dann sind wir in die Türkei gefahren. Und mein Vater ist aus geschäftlichen Gründen eine Woche später gekommen. Und, äh, an dem Tag, als er gekommen ist, habe ich mir so ein Spray gekauft, äh, was so die Haare silber fährt. Aber du konntest halt nach einmal waschen wieder entfernen. Und auf jeden Fall, als mein Vater dann gekommen ist, hat er mich gesehen, wollte er mich klatschen. Dann bin ich ein bisschen weggerannt, sozusagen. Und dann hat er gesagt, komm, mit Badezimmer. Der wollte mir einfach ernsthaft eine Glatzerer singen, gell. Dann habe ich ihm das Spray gezeigt. Und dann habe ich halt Haare abgewaschen. Kommt mich noch retten, weil mich hier glatzen. Ich habe so einen Eierkopf. Ja, das war's. Bruder Berkay, geile Geschichte, Mann. Geile Geschichte. Auf jeden Fall, äh, dein Vater auch Ehrenmann, dass er sagt, komm, komm ins Badezimmer, schneide direkt Glatze. Zum Glück hat er es nicht gemacht, weil du hast ja gesagt, du hast ja Eierkopf, Bruder. Äh, und, ähm, ja, Eierkopf und Glatze ist halt leider schwer. Ja, wenn du so einen Kugelkopf hast, ist ja okay mit Glatze. Aber, äh, krass, dass du deinen Vater geprankt hast. Wäre geil gewesen, wenn wir noch Fotos gesehen hätten. Äh, beziehungsweise Videos. Auf jeden Fall, Leute, was sagt jetzt zu Berkay seine Geschichte? Ehrenwürdig oder nicht? Emre XD schreibt mir, also ich hatte ein Fußballspiel und hatte Stress mit einem Spieler. Er kam auf die Idee, mir das Bein zu stellen und mit einem Sollenschuh mir gegen den Kopf zu treten. Ich hatte Schädelbruch, wurde operiert. Oha, Bruder. Hatte eine Glatze und dann habe ich meine Haare wachsen lassen, aber hatte mitten auf meinem Kopf keine Haare. Das Loch war so groß wie meine Faust. Darauf hin habe ich nochmal Glatze gemacht und mein Vater hat Knoblauch auf meine Haare geschmiert. Und innerhalb von einem Jahr hatte ich wieder Haare. Das rechte Anfang 2017, das linke Sommer 2018. Bruder, wenn dir Knoblauch geholfen hat, richtige Ehrenknoblauch. Ohne Witz, die dir geholfen hat. Aber krass, Mann. Aber wirklich krass, dass beim Fußball wirklich solche Sachen passieren. Bruder, Sport ist Mord. Sein Vater, das weiß jeder. Und dass du einen Schädelbruch hattest und operiert wurdest. Bruder, zum Glück ist dir nicht mehr passiert. Wirklich, ich wünsche dir viel Glück in der Zukunft, dass sowas nicht mehr passiert. Und allen anderen Leuten, die das Video jetzt sehen, auch, dass sowas nicht passiert. Wirklich, sehr, sehr scheiße, wie schnell das gehen kann. Du stellst jemandem ein Bein und dann aus Rache gibt er dir einen Kicker auf deinen Kopf. Du hast Schädelbruch, du wirst operiert und du kannst dein Leben lang einfach leiden. Also, schön, dass es geklappt hat mit Knoblauch. Richtig geile Geschichte. Dankeschön, Emre, für deine Einsendung. Ein Mädchen schreibt, guten Tag, Bartmann. Zu meinen Haaren, ich war auf einer Party, wo ich eingeschlafen bin. Nächsten Tag wach ich auf und meine Haare wurden komplett geschnitten. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Ich sah aus, das glaubt ihr mir nicht. Schlimmster Tag meines Lebens. Wenn ihr das seht, fickt euch. Kannst ruhig meinen Namen nennen, Kara. Also Leute, an alle Leute, die Kara ihre Haare geschnitten haben über Nacht. Wenn ihr das seht, fickt euch. Wenn ihr das seht, von mir auch ein fickt euch. Sowas macht man nicht. Das ist Mobbing. Vor allem habe ich ihr geschrieben, hast du Bilder? Und sie hat geschrieben, leider nicht, war zu geschockt. Habe sofort meine Friseurin angerufen, die das dann ordentlich geschnitten hat. Wäre sonst auch zur Polizei gegangen. Zu spät darüber nachgedacht, war gedemütigt. Leute, ihr könnt doch nicht jemanden, der schläft, die Haare schneiden. Ihr könnt einen Penis ins Gesicht machen oder irgendwas, die Fingernägel lackieren. Aber Haare, bitte nicht Leute. Bitte. B3N ET52 schreibt, also ich war letztens beim Friseur und da wollte ich Seiten auf Null. Null. Ehrenmann. Mit Linie oben. Alles lief gut, aber dann bei der Linie hat er mit dem Rasiermesser meine Kopfhaut aufgeschnitten. Aus Versehen. Bruder, der hat deine Kopfhaut aufgeschnitten. Oha, richtig skalpiert, ja. Das hat dann stark geblutet und er musste das desinfizieren. Nach 15 Minuten war ich dann fertig und musste nur die Hälfte bezahlen. Ich musste dafür den ganzen Tag mit einem Schnitt am Kopf durch die Gegend laufen und abends noch auf einen Geburtstag. Sorry für die Rechtschreibung, heiße Bennet. Bruder, du hast dich schon für die Rechtschreibung entschuldigt. Aber du musstest nur die Hälfte zahlen. Der hat komplett den ganzen Kopf aufgeschnitten und du musstest nur die Hälfte zahlen. Was ist das für ein Unehrenmann Friseur, Digga? Kannst du mich im Video grüßen? Habe ich gemacht. Und schöne Grüße an die ganze Community. Wie geil hat er die Community geschrieben wieder. Auf jeden Fall muss ich sagen, Digga, da hättest du auf jeden Fall entweder Geld verlangen müssen. Aber okay, das wäre auch richtig unehrenhaft. Aber hättest du sagen müssen, Digga, du hast meine Kopfhaut aufgeschnitten. Was für Hälfte bezahlen? Ich zahle gar nichts. Ich zahle gar nichts. Malta Viation schreibt, bei mir war es so, ich habe mit einem Feuerzeug gespielt und mit einer Gasflasche, also wo man die Feuerzeuge mit voll macht, also Butangas und so. Und ich habe dann auf dem Boden eine Flecke Gas gemacht und dann angezündet. Und es gab so eine große Flamme, dass meine Augenbrauen weg waren. Oha, Bruder. Und meine Haare um ein Zentimeter gekürzt waren. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben dann auch am selben Tag einen Friseurtermin gemacht. Der Friseur hat auch gelacht. Aber ich auch. Ich hoffe, du liest das vor. Ich habe das vorgelesen, Bruder. Auf jeden Fall, schlimmste Augenbrauen weg. Bruder, guck mal, stell dir vor, ich ohne Augenbrauen. Guck mal. Bruder, das sieht ja richtig schlimm aus, oder? Was sagt ihr, Leute? Ja, okay, Haare ein Zentimeter gekürzt ist ja nicht schlimm. Aber ohne Augenbrauen ist auf jeden Fall nicht so nice. Und an alle Leute, die keine Augenbrauen haben, sorry. Leute, ich habe richtig, richtig viele Storys gekickt. Wenn man alle Storys durchgeht, das sind alle Storys von euch, die ihr mir geschickt habt. Ohne Witz. Warte, warum geht es nicht weiter? Jetzt. Ah, der muss noch laden. Das sind alle Storys, die ihr mir von euren Haarbeichten geschickt habt. Leute, ich will wissen, ob ihr Bock auf dieses Format habt. Wenn ihr Bock auf dieses Format habt, dann liked dieses Video. Bei 10.000 Likes gibt es die nächste Folge. Und die geht definitiv länger als diese Folge. Und ihr könnt mir wirklich gerne alle eure Storys auf Instagram schicken. Und der erste Link in meiner Infobox ist meine Instagram-Seite. Da könnt ihr mir alle eure Storys schicken. Schickt mir am besten sogar eure Bilder dazu, wenn ihr Bilder habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ihr könnt gerne dazu schreiben, ob ihr anonym sein wollt oder der Name erwähnt werden soll. Ich bin gespannt auf eure Haarbeichten. Das ist die erste Folge gewesen. Wenn ihr die zweite Folge wollt, wie gesagt, 10.000 Daumen nach oben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr Bock da drauf habt. Und zeigt mir euren Support. Also Leute, peace out. Ich bin raus. Euer Bartmann. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.